Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine Vase in Cinema 4D mit einem Spline und einem Laterobjekt erzeugen könnt. Das geht wirklich relativ einfach und wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Spline benutzen, dann empfehle ich zum Beispiel eine ganz andere Ansicht hier, eine 3D-Ansicht oder Zentralperspektive, ist das ein bisschen schwierig. Also drücke ich mal die Taste F4, um in die Vorneansicht zu kommen oder wir klicken halt hier rauf und dann, wo vorne steht, ebenfalls nochmal hier rauf. Wir sind dann in der Vorneansicht und ich wähle mir jetzt hier diesen Spline-Stift aus. Wer die Version 18 noch nicht hat, der hat vielleicht hier andere Möglichkeiten, aber mit dem Spline-Stift lässt sich das natürlich sehr, sehr schön machen. Ich wähle mir den wie gesagt aus, drücke hier auf Spline-Stift und fange an die Kontur von der Vase jetzt zu zeichnen. Den ersten Punkt, den setze ich auf den absoluten Nullpunkt und falls ich den nicht treffen sollte, also ich klicke jetzt einmal rein und ich habe den auch nicht hundertprozentig getroffen, da seht ihr jetzt hier unten bei Position X-0,837 und Y-1,255. Das heißt, um den jetzt hier auf den absoluten Nullpunkt zu setzen, der ist nämlich jetzt noch markiert, brauche ich hier eine Null nur eingeben, hier ebenfalls eine Null und dann auf Anwenden klicken. Die Position ändert sich entsprechend und dann mache ich weiter. Da ich male sozusagen die linke Kontur von der Vase und wenn wir hier das Spline oder den Spline-Stift benutzen und jetzt zum Beispiel mal reinklicken, die Maus gedrückt halten und dann die Maus dabei fahren, dann ziehen sich da hier so Tangenten auf und dann können wir das Ganze wunderschön abrunden. Wenn wir nur klicken, das mache ich einfach mal, ich klicke hier einmal hier hin, einmal hier hin, dann seht ihr, sind das harte Kanten, aber wie gesagt, auch das lässt sich später alles wunderbar bearbeiten. Ich ziehe jetzt hier weiter und werde dann so langsam mal die Form von einer Vase versuchen herzustellen. Auch wenn das jetzt hier nicht so der Knaller ist, aber ja so ungefähr. Ich werde das Ganze mal ein bisschen runterziehen hier und die Vase jetzt hier oben weitermalen, meinetwegen so und werde das Ganze jetzt hier so zurückführen. Naja, sieht ein bisschen krass aus. Ich denke mal, da könnt ihr wahrscheinlich ein bisschen besser zeichnen, aber so ungefähr kann das ja nachher aussehen. Ich zeige euch jetzt auch gleich nochmal, was ihr seht, jetzt sind hier so ein paar kantige Linien dabei und der letzte Punkt hier, den möchte ich auch zumindest von der x-Position genau bei 0 haben. Das heißt, ich klicke jetzt hier rein, der Punkt ist markiert und ihr seht, x ist bei 0. Genau das wollte ich, y ist ein bisschen höher, ist aber okay, weil der Punkt ja hier auch ein bisschen höher sitzt. Wer das jetzt noch nicht kennt, der sieht ja hier die Koordinaten, das heißt, das ist hier die x-Achse, also in der Richtung geht x, y geht in die Richtung und z sozusagen in die Tiefe, was man hier allerdings in der Perspektive hier nicht bearbeiten kann. Ich kann die einzelnen Punkte weiterhin bearbeiten, das heißt, wenn ich mir zum Beispiel jetzt hier so ein Punkt auswähle und hier zum Beispiel einen Doppelklick ausführe, dann kommen die Tangenten zum Vorschein. Ich mache das mal, ich klicke hier mal doppelt drauf und dann seht ihr, hier haben wir das Ganze abgesoftet und die Tangenten, die können wir sogar alle schön bearbeiten. Das heißt, ihr seht ja schon, hier können wir das Ganze noch ein bisschen feiner justieren. Wir können genauso zum Beispiel ein Auswahlwerkzeug nehmen. Ich nehme das hier mal, einfach hier rauf gedrückt und dann Rechteckselektion gewählt und dann können wir zum Beispiel hier einen Bereich nehmen und zwar markiere ich einfach mal hier den gesamten Bereich und zwar bis auf diese beiden Punkte hier. Jetzt haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste hier mal reinzuklicken und können jetzt zum Beispiel sagen, weiche Interpolationen. Das heißt, alles, was jetzt zum Beispiel hier so ein bisschen kantig ist, wird jetzt ganz soft abgerundet. Also, ich wähle jetzt weiche Interpolationen, zack und ihr seht, das wird hier richtig schön sauber abgerundet. Ich wähle jetzt hier nochmal den Spline-Stift und klicke hier nochmal rauf und verschiebe das hier nochmal ein kleines bisschen, so richtig gefällt mir das ehrlich gesagt nicht. Ups, Escape gedrückt, das wieder ausgeschaltet. Wie gesagt, ich verschiebe das hier nochmal ein bisschen und das hier ändere ich auch nochmal ein bisschen. Hier ziehe ich einfach die Tangente ein bisschen weiter auf. Das setze ich hier noch ein klein wenig zurück oder wir können sogar den Punkt hier löschen. Ich lösche den einfach mal, zack und dann sieht das so aus. Ich markiere diesen Bereich, einfach meinetwegen auch mit der Live-Selektion, zack, diese beiden Punkte markiert, rechte Mausklick und weiche Interpolationen. Fürs Erste sollte das erstmal reichen und jetzt nehme ich das Ladeobjekt, das befindet sich hier. Einfach hier einmal raufklicken, etwas länger gedrückt halten und das Ladeobjekt genutzt. Das Objekt erscheint dann sozusagen in unserem Objekte-Manager und jetzt können wir das Spline-Objekt genau dem Ladeobjekt unterordnen. Das heißt, ich will mir das Spline-Objekt und ziehe das einfach hier ran und ihr seht, genau so muss das angeordnet sein. Und hier sehen wir auch schon, was passiert. In der 3D-Hansicht sieht das natürlich besser aus. Und jetzt können wir entweder die Taste F1 drücken oder halt hier über diese Symbole auf die Zentralperspektive zugreifen. Ich verschiebe das Ganze mal so ein bisschen. Ist natürlich eine schöne, fette Vase. Aber wie gesagt, für den Anfang gar nicht mal so schlicht. Und wie gesagt, wir können alles sauber anpassen. Wer das zum Beispiel ein bisschen kleiner haben will, der schiebt sich das Ganze zusammen. Ich drücke einfach nochmal die Taste F4, deaktiviere einfach hier das Ladeobjekt, dann können wir hier wieder ganz sauber arbeiten. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel alles ein bisschen schmaler haben will, klar, dann wähle ich einfach hier wieder die Rechteckselektion, wähle mir hier einen Bereich meinetwegen aus, so hier, und schiebe das Ganze jetzt hier zum Beispiel ein bisschen rüber. Mit der Live-Selektion, zum Beispiel hier, einfach ausgewählt, kann ich mir zum Beispiel jetzt die Punkte auswählen und kann das zum Beispiel jetzt auch alles ein bisschen weiter nach links schieben, meinetwegen, damit das alles ein bisschen dünner ist. Also wie gesagt, ihr habt hier unheimlich viele Möglichkeiten für die Anpassung. Das heißt, ich klicke mir hier nochmal kurz rein, schiebe das ein kleines bisschen raus. Und dann schauen wir uns nochmal, wie das insgesamt in der Zentralperspektive aussieht. Ich drücke die Taste F1 und jetzt sieht das zum Beispiel schon mal so aus. Wenn wir wollen, können wir zum Beispiel über das Ladeobjekt noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das heißt, wenn wir uns das mal hier jetzt genau anschauen, dann sehen wir ja, dass es hier so ein klein wenig kantig aussieht. Und das ist ja so, die Kontur wurde sozusagen jetzt hier um 360 Grad gedreht, müsst ihr euch ungefähr vorstellen. Und so das ganze Objekt halt aufgebaut. Und um zu sehen, wie das eigentlich aussieht, klicken wir mal hier auf Darstellung und Gourou Shading. Und dann sehen wir zum Beispiel, das ist ja die Kontur und die wurde halt immer wieder erzeugt. Und daraus halt das Objekt. Und über das Ladeobjekt, wenn wir hier mal raufklicken, können wir zum Beispiel die Unterteilung anpassen. Wir haben jetzt sozusagen 24 Schnitte hier drin. Und zwar genau nach der Kontur von unserem Spline-Objekt. Und wenn wir zum Beispiel die Unterteilung jetzt hier wegnehmen und immer weniger machen, dann sieht das natürlich so aus. Jetzt haben wir die sozusagen nur dreimal. Und zwar genau an diesen drei Punkten. Erhöhen wir das Ganze zum Beispiel, dann sieht das natürlich immer runder aus. Aber erzeugt natürlich immer mehr Punkte und Polygone. So sieht das natürlich cool aus, aber wie gesagt, das sind natürlich ein Haufen Punkte. Und wenn wir jetzt das Ganze zum Beispiel mal kurz rendern, dann sieht das so aus. Wenn ihr jetzt aus diesem Objekt, was ihr hier habt, ein Polygon-Objekt machen wollt, was ihr dann später auch bearbeiten könnt, ja, dann würde ich das zum Beispiel selber so machen. Das heißt, erstmal wähle ich mir nochmal über das Ladeobjekt die Unterteilung aus. Das heißt, ich mache das schon ein bisschen geringer. Und ich denke mal, 24 sollte reichen, weil später können wir das Ganze zum Beispiel auch in ein HyperNurbs-Objekt packen. Ich mache das jetzt einfach mal nur zur Demonstration. Das heißt, ich wähle mir das Subdivision-Surface mal kurz aus. Klicke hier rauf und ziehe das Ganze hier mal rein. Und dann seht ihr, sieht das auch schon so aus. Und wenn wir das rendern, ist das immer noch schick. Das heißt, das Ladeobjekt können wir so nutzen. Ich schmeiße das mal kurz raus hier. Also schiebe das wieder raus und lösche das Subdivision-Surface. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das hier so ändere, dass ich die Punkte, Kanten und Polygone bearbeiten kann, muss ich nur eines tun. Und so mache ich das meistens. Es gibt natürlich immer andere Möglichkeiten. Aber ich wähle mir erstmal ein Connect-Objekt aus. Das heißt, ich wähle mir das hier aus. Einfach länger gedrückt halten. Dann Objekt verbinden. Also ein Connect-Objekt. Und schiebe das Ganze hier rein, sodass das so untergeordnet ist. Und jetzt wähle ich mir dieses Objekt aus und drücke entweder die Taste C oder klicke hier auf dieses Symbol, um das Ganze in ein Polygon-Objekt zu konvertieren. Das heißt, ich klicke hier rauf. Zack, alles verschwindet. Und wir haben jetzt hier unser bearbeitbares Objekt. Das heißt, wir können jetzt hier Punkte, die Kanten oder eben auch die Polygone komplett bearbeiten. So, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, der eine oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch natürlich. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials von mir dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.